Deutschland ist voll mit Tabakwerbung, Plakataußenwerbung, Werbung an Verkaufsstellen und in Kinofilmen nach 18 Uhr. Auf den ersten Blick scheint es sehr uneinflussreich. Doch vor allem sind viele Kinder und Jugendliche von der Außenwerbung betroffen. Studien zeigen, dass 75 Prozent, insbesondere junge Leute, Tabakaußenwerbung wahrnehmen. In Ländern mit umfassenden Verbotsregelungen ist ein deutlich größerer Rückgang des Tabakkonsums zu verzeichnen. Also Deutschland schafft Tabakwerbung ab. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020